Jo hallo, ich bin's wieder. Ähm, ich hänge hier immer noch rum. Und wir wollten hier jetzt Barnabus töten. Machen wir's doch einfach. Oh, ich schüttel. Oh, ich schüttel. Ja, ich schüttel. Ha, tot. Dieser Nekromant hatte wirklich ausgeklügelte Schutzmaßnahmen. Pech für ihn, dass er nicht mit einem Drachen gerechnet hat. Hehehe. Lass mal sehen. Barnabus Streitgolden. Sein Ring. Sein... Ratzakels Hammer. Ah, okay, das ist der Hammer, von dem wir aus Ratzakels Gedanken erfahren haben. Ja, nicht besonders gut, würde ich sagen. Ähm... Das wäre jetzt ne Nachricht. Bla 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 bla. Buche über Drachenfertigkeiten. Hurra! Diesmal... Und Drachenfertigkeitspunkt erhalten. Ansonsten ist hier, glaub ich, nichts mehr. Schau doch mal, ob hier irgendwo noch... Ach, hier ist es. Ich hab mich schon gefragt, warum ich ihn nicht gesehen hab. Ja. Und noch eine Heiltrank. Okay, nehmen wir das mit und einen Stargetrank. So. Oh, oh, oh. Aber wenn Barnabas hier nicht ist, dann... Hm, was wohl hier drin ist? Ach, dann nehme ich halt das Schwert. Heiltrank. Hm. Und... Kaputthauen. Das ist Schwert. Also, Dings. Wozu brauche ich bitte Pfanne? Ich habe... Na, okay. Oh, die Kreatur war da draußen. Die Kreaturen müssen draußen bleiben oder so. Und noch eine Heiltrank. Da unten sind noch mehr Gegner. Ein toter Heiler hat übergehebt als einziger. Oh, da ist noch so ein blöder Untöter. Ja. Die Kiste kann nicht geöffnet werden. Leiche eines Treffentöters. Minenwächter. Arme Leiche. Leiche eines Minenwächters. Ein paar neue Beine. Und... Ja, aber was ist jetzt hier? Davon ist ein Buch. Das Buch der Toten. Ah, das ist, glaube ich, ein Questgegenstand, wenn man den anderen Nekromanten gewählt wird, den Igor, dann muss man das Ding holen für ihn. Aber da wir ja den Wahnsinnigen und nicht den Unterwürfigen gewählt haben, ist der Wahnsinnige doch gleich nah entfallen. Mist. Na egal. Wie auch immer der hieß. Der will ja eher, dass wir eben dieses Ding für die perfekte Kreatur geben. Nehmen wir mal noch so einen schönen Mana-Regenerationstrank. Ich kann nicht. Okay. Diese Kreatur ist gerade irgendwie nutzlos. Vor allem finde ich das total buggy, dass die Kreatur ausgesperrt werden kann bei solchen Kämpfen. Sogar meistens ausgesperrt wird. Das ist nicht mehr viel. Wahrscheinlich auch nur dann nur so eine Pfanne oder so. Oh, Gold. Immerhin etwas. Wer nichts erwartet, der kann nicht enttäuscht werden. Also haben wir uns aber eine ganz schöne Ewigkeit hier drinnen umgetrieben. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir wieder mal das Tageslicht erblicken. Also würde ich sagen, nichts wie raus hier aus dieser blöden Höhle. Okay, wo ist jetzt der Ausgabe? Karte? Irgendwo geradeaus. Ah, da. Okay. Hm. Irgendwie muss ich mir gerade richtig überlegen, was wir jetzt eigentlich im nächsten Video nun machen sollen. Hm. Ich denke darüber nach. Ihr werdet es dann erfahren, wenn das Video eingestellt wird. Okay. Ähm. Schauen wir uns doch einfach mal unser Logbuch an. Was sagt unser Logbuch? Ähm. Hieronymus. Ach, das war der... Okay, das stärkste Glied. Das geliehene Buch. Der Lehrling und sein Revalen. Bezauber der Edelstein. Die beiden Quests hier mache ich nicht, bevor ich nicht Level 25 mindestens bin. Dafür sollten wir auch ein bisschen höher sein. Dafür müssen wir nicht unbedingt höher sein, aber es dauert eine Weile. Ich habe ein Gezeppelin-Teile gefunden. Ich sollte sie bei dort zu Petzold bringen. Hm. Ah, ich werde überlegen, was wir am nächsten Mal machen. Ähm. Smecklos. Ich muss zu Fuß kommen. Ah, okay. Drache. Wer zum Drachen? Hm. Da vorne ist noch was am Leben. Irgendwas Fliegendes am Leben. Einwiffern. Hat ja nicht gerade viel gebracht. Ich denke mal, wir werden ein bisschen ims jagen im nächsten Video. Und zwar gibt es die von hier. Den ganzen Weg hier hoch. Hier auch noch ein bisschen. Nach Hohenzel. Das wird eine ganze Weile dauern. Damit ihr schon mal seht, wie viele es wirklich sind. Ja. Nicht gerade wenig. Naja. Dann bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Divinity 2. Ego Drakonis.